das ist mein erstes video auf meinem kombinierten kanal mit deutsch und englischen videos und ich dachte das ist eine gute gelegenheit euch noch einmal einen ganzen sack voll fragen zu beantworten über die zeit haben sich doch etliche fragen angesammelt und die möchte ich euch in diesem video beantworten ich glaube es werden sogar etwas mehr als acht aber das format heißt nun mal acht fragen acht antworten insofern bleibe ich dabei auch wenn es vielleicht ein paar mehr fragen und mehr antworten sind die erste frage die ich bekommen habe war ob ich nicht einmal aus dem hause aristo die messerschmitt 108 24 dr zeigen könnte der zuschauer wollte sich die uhr gerne kaufen und hätte gerne ein review davon also zum einen würde ich es gerne machen zum anderen kann ich aber auch nicht jede uhr vorstellen die sich jemand von euch kaufen möchte denn ich muss sie mir besorgen ich muss mit der hersteller mit der marke in kontakt treten jemand finde mir die uhr gibt insofern es kann durchaus sein dass ich das wirklich einmal mache aber aktuell kriege ich es nicht hin und da bitte ich auch um verständnis dass ich nicht jeden wunsch erfüllen kann ich gebe mein bestes aber diese spezielle uhr wird kurzfristig wahrscheinlich nicht in einem meiner videos auftauchen ja bevor ihr weg liegt und genug habt von meinem gelaber am ende des videos gibt es noch mal richtig viele uhren zu sehen und auch uhren die ich auf meinem kanal bisher noch nicht gezeigt habe das heißt es lohnt sich wirklich dran zu bleiben eine zweite bemerkung war dass mein hund meine motto doch ein toller co-presenter sei und öfter in meinen videos auftauchen sollte ich versuche sie hin und wieder mal reinzuschneiden gerade bei meiner one week on the wrist kommt das öfter vor aber am ende ist es ein uhren kanal und kein hunde kanal kein haustier kanal deswegen ist der schwerpunkt und wird der schwerpunkt immer auf den uhren sein trotzdem gibt es jetzt exklusiv 30 sekunden motto dann kam die frage ich wäre ja sehr ein passionierter sinn sammler das stimmt auch über die hälfte meiner sammlung besteht in der tat noch aus sinn uhren ob ich nicht mal einen kommentar abgeben könnte meine beste und meine schlechteste erfahrung mit sinn beziehungsweise was liebe ich was hasse ich ansinnen und direkt hinterher kam auch der kommentar ja ganz fair sei das ja nicht also ich muss dazu sagen jemand der bei einer marke mehrere uhren hat und regelmäßig im kontakt steht teilt natürlich nicht die kunden erfahrung jemand hat der nur einmal dort aufschlägt eine uhr kauft wieder geht das mag vielleicht ungerecht sein aber es ist einfach so dass stammkunden eine andere aufmerksamkeit und auch einen anderen kontakt zu der marke und den leuten haben als jemand der nur einmal da ist insofern habe ich ganz ganz viele sehr positive erfahrungen mit den menschen die dort arbeiten mit dem persönlichen kontakt auch mit dem customer service immer extrem zuvorkommen mir ist bisher kein wunsch abgelehnt worden und insofern ist das wirklich meine positive erfahrung mein positiver beitrag der kontakt zu den menschen bei sinn ist wirklich sehr positiv in meinen augen die negative erfahrung die ich gemacht habe hat weder etwas mit dem kauf noch mit dem service von uhren zu tun sondern war auf einer anderen ebene insofern hat das an dieser stelle glaube ich keine relevanz und das möchte ich dann auch nicht teilen die nächste frage die kam war wie lange bin ich schon mit uhren beschäftigt wie lange sammeln ich schon uhren und da muss ich ganz ehrlich sagen da kann ich mich ernsthaft nicht daran erinnern ich weiß ich hatte immer uhren ich habe schon als kleines töppchen wecker zerlegt natürlich nicht wieder zusammengekriegt aber auseinander gebaut meine erste uhr habe ich bekommen zur einschulung in die grundschule die habe ich aber leider nicht mehr ich habe dann eine zeit lang einen ganzen schrank voll swatch gehabt die ich auch nicht mehr habe als ich 30 wurde also vor fast 25 jahren habe ich eine erste etwas teurere uhr bekommen also ich war immer wirklich uhren zugetan richtig sammeln im sinne von eine box haben wo die uhren drin sind und sie auch regelmäßig tragen mich austauschen das hat vor zehn zwölf jahren ungefähr begonnen ich kann es nicht auf den tag festlegen und in diesem zusammenhang hat auch einer von euch wissen wollen was ich denn den schritt gewagt habe aus der anonymität des sammlers in die foren und zu youtube und was mich dazu bewegt hat ja also der schritt zu youtube den kann natürlich jeder auf einem kanal nachschauen das ist ungefähr zwei jahre her da habe ich den kanal gegründet habe mein erstes grottenschlechtes video veröffentlicht und warum das ganze ich bin jemand der wahnsinnig gerne neue sachen ausprobiert ich bin neugierig ich möchte dazu lernen und youtube filme machen das medium war etwas wo ich überhaupt keine ahnung von hatte und genau das war es was mich gereizt hat und ihr an der ersten videos erkennt wollte ich auch nicht vor die kamera habe also das video gemacht ohne dass man mich sieht und auch nicht mit meinem üblichen sprachduktus sondern sehr betont und langsam damit man mich auch versteht also komplett anders als ich die videos heute mache so wie ich sie heute mache mit meinem gesicht in der kamera meinem üblichen sprachduktus das war einfach ein lernprozess und ist nicht von heute auf morgen passiert das war das seit wann uhren wie bin ich da hingekommen ach ja dann kam die frage warum ich nur deutsche uhren sammeln ich sammeln nicht nur deutsche uhren ich habe auch eine menge anderer uhren das zeige ich euch aber gleich und die nächste frage die war warum es in meinem kanal nur um deutsche uhren geht also ganz ähnliche stoßrichtung und die frage ist ziemlich einfach zu beantworten es gibt in deutschland einige wirklich wirklich gute uhren youtuber und ich möchte jetzt keine nennen weil wenn ich einen vergesse dann wäre das wahrscheinlich nicht gerecht aber es gibt viele wirklich gute uhren youtuber die sich sehr gut auskennen und richtig qualifiziert was zu den uhren sagen können und ich wollte einfach nicht der vierte fünfte sechste sein der zu den gleichen uhren etwas erzählt was alle schon gesagt haben sondern ich wollte eine nische haben die noch nicht besetzt ist und ich habe keinen kanal gefunden der sich nur um deutsche uhrenmarken kümmert und da auch insbesondere mit einem gewissen schwerpunkt auf kleinere unbekannte marken und deswegen ist das die ausrichtung meines kanals geworden natürlich weiß ich dass mir das nicht besonders viele abonnenten bringt und nicht besonders viele klicks mir macht es aber spaß und deswegen bleibt doch erst mal vorerst so dann kam die frage leute ist es echt wirklich persönlich was ich da zum teil gefragt werde wie lange ich verheiratet bin man es ist kein geheimnis aber da 99 prozent meiner zuschauer männer sind habe ich mich da schon darüber gewundert aber sei es drum ich werde dieses jahr 25 jahre verheiratet sein und wenn es nach mir geht wird sich doch die nächsten 25 die letzte frage die ich bekommen habe bevor ich euch meine nicht deutschen uhren zeige wie versprochen am ende gibt es dann noch mal einen ganzen sack von uhren habe ich auch was ordentliches gelernt was ist mein beruf und da muss ich ganz ehrlich sagen ich habe nicht nur einen beruf sondern wie ich eben erwähnt habe ich bin neugierig lern gerne dazu mache immer gern was neues habe ich also verschiedene sachen gelernt meine aller allererste ausbildung mit der sich tatsächlich auch geld verdienen lassen würde war ein jugendleiter und ein übungsleiter mein erster beruf den man auch als solchen bezeichnen würde war bankkaufmann nach dem bankkaufmann habe ich einen fremdsprachen kaufmann gemacht dann habe ich volkswirtschaftslehre studiert mit den zusatzschwerpunkten politikwissenschaft und geschichte wirtschafts und sozialgeschichte ich habe dann später noch mal eine ausbildung zum mediator und coach gemacht und möglicherweise habe ich noch das ein oder andere vergessen und jetzt gehen wir in ein anderes setting und ich zeige euch mal meine nicht deutschen uhren ich habe mal alles zusammen gekarrt das was nicht in meiner wohnung ist habe ich mal alles zusammengesammelt um sie euch zeigen zu können und morgen gehen sie dann zurück in die bank zu elton und sonst wohin damit ich nicht alles in der bude habe und jetzt geht's auf zu den uhren ja was wir jetzt hier so sehen das ist meine g-shock collection die habe ich in einem video glaube ich kürzlich erst vorgestellt die ga 2100 ich werde jetzt nicht jede uhr im detail vorstellen sondern nur mal so ganz grob zeigen dass ich eben nicht nur deutsche uhren habe hier haben wir zwei ziemliche brummer also die sehen an meinem arm auch echt echt groß aus da muss man sich gar nichts vormachen aber ich mag die g-shock einfach ich mag die großen dicken uhren und auch hier zeige ich sie euch gerne noch mal ein kleines bisschen näher das sind schon tolle uhren und richtig stabil und ich habe auch keine teuren g-shock die sind alle deutlich unter 200 euro da ist nichts besonders aufwendiges dabei hier haben wir eine matt master wurde die batterie gestern leer gegangen ist ja das kann ich euch jetzt nicht anders zeigen aber das ist auch eine nicht deutsche uhr hier haben wir eine ga 100 eine solar betriebene analoge uhr für energy shock sogar eigentlich relativ dressig ganz angenehm eine uhr die ich mir mal für einen sommerurlaub gekauft habe und dann nie angezogen habe weil ich im sommerurlaub eigentlich immer meine u1 trage aber mir hat das bunte und das außergewöhnliche gefallen insofern auch hier keine deutsche uhr eine uhr die ja zu den absolut mit abstand günstigsten in meiner sammlung gehört ich meine um die 19 euro 20 euro 25 also irgendwas um diesen dreh rum hat eine gewisse wasserdichtigkeit zeigt die zeit an und ist de facto noch nie an meinem arm gewesen dann habe ich jetzt hier zwei uhren die ganz ähnlich sind nur sich in der farbe unterscheiden kann man das sehen ja ich glaube schon die eine ist blau die andere ist schwarz auch bei der schwarzen ist die entweder das display hin oder aber die batterie das muss ich noch mal prüfen lassen und das ist die gleiche uhr in blau und bei der finde ich es eigentlich ganz schön dass die auch an meinem relativ schmalen arm immer noch ganz gut aussieht finde ich prima und ja ich mag diese g-shock uhren allesamt aktuell natürlich am liebsten diese hier die casio die finde ich wirklich sehr gelungen aber auch die anderen kommen kommen eigentlich regelmäßig mal ans handgelenk bevorzugt bei den casio's den ganz dicken brummer hier die blaue und die casio das sind so meine meine bevorzugten g-shocks wenn es denn mal etwas aus kunststoff sein soll ihr seht also nicht nur deutsche uhren es geht aber auch noch ein kleines bisschen weiter jetzt kommen wir in den bereich erbstücke erinnerungsstücke und in gewisser weise auch kuriositäten das kann ich das so drehen dass man sehen kann ja ich glaube so sieht man es am besten ich fange mal mit der uhr an die kein erbstück ist die aber eine echte kuriosität ist und zwar ist das hier eine hosenbund uhr mit diesem clip klickt man das so über den gürtel mein daumen ist jetzt quasi der gürtel und hat die uhr dann so am gürtel und wenn die dann am gürtel runter hängt also hier ist der achsel da ist die uhr hier ist der bauch dann kann man die uhr aufklappen und kann sie von oben lesen das ganze ist also hier mit einem scharnier versehen beziehungsweise einer lasche mit druckknöpfen und so hat man dann die uhr am hosenbund baumeln oder am gürtel oder an einer anderen schnalle fand ich ganz witzig habe ich auch noch nicht getragen ja und hier habe ich jetzt vier uhren die ich allesamt geerbt habe bei einer habe ich sogar ein frack band dazu dass man sie in eine weste einklinken könnte und in einer weste tragen allesamt schöne uhren aber ich bin definitiv nicht der taschen uhren typ und daher sind diese uhren in meiner sammlung aber haben mehr einen ideellen als einen materiellen wert denn das sind alles keine vollgold uhren insofern ist da nichts dabei wo man jetzt sagen müsste das hat einen historischen oder einen materiellen wert es sind für mich ideelle uhren die ich gerne habe die ich auch gerne anschaue aber nicht bestimmungsgemäß nutze und von denen ist auch nach meinem kenntnisstand keine eine deutsche uhr wir haben hier französische uhren wir haben eine waltem und wir haben fabrikate aber nach meinem stand ist da nichts deutsches dabei und dass die uhren selten genutzt werden sieht man daran dass sie zum teil sogar relativ schwer aufgehen diese hier finde ich wegen des dunklen ziffernblattes noch mit die reizvollste sie ist auch die leichteste und flachste aber auch diese uhr kommt nicht wirklich an mein handgelenk und jetzt kommen wir noch in eine erinnerungsbox die mir wirklich mehr bedeutet hier habe ich mir mal für ein vergleichsvideo geholt eine casio quarz uhr für 35 euro eine meiner zwei billigsten uhren die ich habe nichts besonderes aber aus irgendeinem sentimentalen grund verkaufe ich sie auch nicht das hier ist eine uhr eine russische uhr eine raketa das ist eine uhr die mir richtig viel bedeutet und zwar hat mir diese uhr ein freund geschenkt der im ostblock auf montage war und er hat sich diese uhr als erinnerungsstück mitgebracht und nachdem er mitbekommen hat dass ich uhren sammeln hat er mir diese uhr geschenkt und das ist für mich etwas ganz besonderes und da wird auch nicht daran gerüttelt oder gemacht oder getan diese uhr wird wirklich ewig bei mir bleiben das ist eine uhr die mir meine freunde zum dreißigsten geburtstag geschenkt haben eine camel adventer watch adventure watch super chrono batteriefresser ohne ende ein wirklich gutes quartsberg drin allerdings auch bei mir selten am arm das hier ist eine friedrich constant die erste etwas bessere uhr die mir meine frau geschenkt hat eine quarts uhr und hat vor 15 jahren als quarts uhr glaube ich schon 600 euro gekostet also war für mich damals eine gewisse überwindung die uhr zu kaufen auch wenn ich heute nicht mehr auf römische ziffern auf dem ziffernblatt stehe diese uhr wird bleiben eine seiko die ich mir auch selbst gekauft habe und zwar ist das meine jahrgangs uhr diese uhr ist im september 66 produziert worden das heißt mein geburtsjahr und mein geburts monat auch wenn sie selten an den arm kommt eine uhr die in meiner sammlung bleiben wird diese drei uhren hier sind uhren die ich von meinem großvätern beziehungsweise meinem großonkel geerbt habe am tragbarsten nach heutigen maßstäben finde ich wohl noch diese hier aber auch die kommt wirklich wirklich selten an den arm ich bin kein vintage uhrenträger und insofern ist es so dass diese uhr nicht an den arm kommt oder wenn dann nur ganz selten und ganz kurz die anderen sind einfach mit gold nicht mein stil beziehungsweise auch schlicht und ergreifend ein kleines bisschen zu klein an meinem arm also das ist dann doch schon ein kleines bisschen verspielt an meinem arm wenn euch das video gefallen hat schreibt es gerne in die kommentare auch wenn ihr andere fragen habt ich werde darauf bestimmt irgendwann eingehen mein nächstes video ist der vergleich in der sinn 1 oder 3 mit einem genauen duograph freut euch darauf ich tue es auf jeden fall bleibt gesund und bis dahin tschüss euer axel